Jo Freunde was geht ab? Ich habe gute Laune. Heute ist es mal Thema frei. Es fühlt sich an frei. Wenn man hart arbeitet, hat man sich das verdient. Frei. Jetzt am Montag habe ich frei. Was labere ich jetzt am Montag? Das heißt, ich muss bis Donnerstag arbeiten. Jetzt am Montag. Ich lade das Mittwoch hoch. Das heißt, ich habe am Montag schon angefangen mit Arbeiten bis Donnerstag. Muss ich arbeiten. Ich hoffe, ihr hört mich im Fernsehen. Ein bisschen leise machen, passiv. Fernsehen passiv laufen. Bis Donnerstag. Und Freitag habe ich frei. Und Montag. Das heißt, der nächste Woche kann mir nichts tun. Aber dann muss ich wieder arbeiten gehen am Dienstag. Genau, meine Nachnamen hat jetzt zwei Wochen unverdient frei. Würde ich jetzt mal an der Stelle behaupten. Grüße gehen nicht raus an den. Genau, das heißt, er müsste auch wieder. Dann, wenn ich am Dienstag arbeiten muss, dann musste er auch wieder gehen. Oder wann man diese Woche sagen. Genau, so ist es. Wenn ich jetzt das richtig eingebaut habe, wenn ich könnte, müsst ihr mal korrigieren in die Kommentare. Also, wie gesagt, heute ist das Thema frei. Ich habe euch gleich erklärt, wann die Feier ist. Das fühlt sich einfach gut an. Er hat sich was erarbeitet. Und dann Pizza, Geld, alles. Das ist einfach eine gute Sache. Ja, an der Stelle sage ich mal wieder schauen rein, Freunde. Und ich sage Peace, Freunde.